ich bin heute black ops 3 kampagne auf realistisch habe aus versehen das intro was ich davor gemacht habe ich gelöscht ja ich habe das intro und kars zu sehen gelöscht deswegen tue ich einfach jetzt darüber sprechen blub 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 bim bum bum und scheiße ja ich kann überspringen guten tag und morgen was ist das hier kann ich verneuern was ist das das ist ja cool aber hab nix ich bin nur okay einfach nächste mission okay nächste mission ja okay es gibt kann ich das nicht skippen notfall einbruch so stört egal egal wer ihr seid seid ihr gut seid ihr schlecht ich fühle euch hier ist niemand ich hab doch schon gecheckt das wunderbar überhaupt gehen kann ich kann nicht mal ziehen ich kann nicht mal irgendwas machen das ist ein feind ist ein freund alles klar hätte ich mal was gemacht wo ich kann nicht gehen kann ich dich töten warum habe ich den warum hast du den da oben getötet ist das scheiße die aktiviere die alarm systeme auf dieser ebene finde den minister zeigt er immer so drauf da hat er schon wieder was will der unterwegs bravo alter bin ich gut ich bin tot okay wieder rein bumm 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 die kuda ist gut und gleichzeitig schlecht ich mag ich mag die und mag die gleichzeitig nicht ich glaube ich werde eine million mal sterben eine million mal sterben ich weiß nicht sollte ich vorsichtiger spielen warum habe ich nur angefangen dieses scheiß spiel zu spielen ich glaube die scheiß mission wird eine stunde warum ich krieg einmal ich werde einmal geschlagen bin sofort tot alter die stärkste waffe krieg den arm dann im bogen ich glaube ich werde sterben natürlich kann ich vielleicht einfach durchspinnen oder sowas hier granate ich werde ich glaube ich niemals wegkommen nein 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 ich bin ich warum kann ich nicht deine waffe nehmen weil sie ehrlich es ist unmöglich niemand hat das gesehen was ich jetzt gemacht habe das sieht gut das kann doch nicht wahr sein das also k